Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Together Golf with your Friends mit allen aus dem letzten Part. Hallo! Hallo! Und wir sind hier nochmal auf Candyland. Juhu! Endlich mit Björn. Wir wollten uns das Zuckerschock nochmal holen. Das Zuckerschock. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade nachfragen. Was für ein Zuckerschock nochmal? Das Zuckerschock. Das Zuckerschock, hallo. Das Zuckerschock, Diggi. Okay. Ich glaube, mein Brain hat gerade das selber korrigiert. Ich habe den verstanden. Das macht man sogar manchmal. Das macht man echt manchmal, dass man das automatisch korrigiert, wenn man so dran gewohnt ist. Björn ist eigentlich auch voll das wichtigste Akzept, aber... Ich habe mich gesteigert. Vorhin habe ich fünf auf der Bahn gebaut. Jetzt brauche ich nur noch vier. Ja, ich führe einmal. Gut, das ändert man jetzt. Auf der ersten Bahn. Ich bin von zwei auf vier. Nice. Ähm, ja. Das hat nicht funktioniert. Aber die, die konnte ich schon eben gerade ganz gut. Krupp hat diese Bahn noch echt geheiratet, ey. Boah, diese Mapp. Ich habe den Zapp gemacht. Ich habe den Zapp gemacht. Wir haben alle den Zapp gemacht. Bernie hat ihn auch gemacht. Komm, Björn, mach auch den Zapp. Ja, Björn, mach auch den Zapp. Ja, Björn, mach auch den Zapp. Komm, Dani, du musst auch den Zapp machen. Komm, Dani. Jawohl, wir haben alle den Zapp. Ich hab den Ring nicht verringert. Wir haben alle den Zapp gemacht. Alle machen den Zapp. Ah, das ist schön. Oh Gott. Ich bin wieder Furios Letzter. Ja, Furios mit einem Schlag. Furios Letzter. Ja, weißt du, es sind noch nicht mal alle Runden. Wir haben zwei Bahnen gespielt. Dani ist schon aussichtslos Letzter. Ja, echt so. Keine Chance mehr. Und Rage. Okay, okay. Irgendeiner hat irgendwas getötet. Das war was anderes als Licht. Komm, Leute, du Fotze. Zapp? Das war locker Zapp. Lebst du noch, Zapp? Zapp? Was ist das? Nein. Zapp? Zapp? Wie wiegt der sich? Er schlägt noch. Er schlägt noch. Ich dachte schon, dass du mir zurückgeschmissen wirst. Jetzt war ich. Zapp? Ja. Was war da los? Ich hab zweimal das erste Loch nicht getroffen. Boah, ey, ich krieg ja gleich. Ich werf's da jetzt so hart. Dani, mach doch mal mit Karacho und mach mal, wenn das Loch jetzt. Jetzt. Mit Karacho. Mach mal hier was für die Fans. Jawohl. Zu viel Karacho. Ja, das war ja auch logisch. Fast das Ding auch drückt beim runtergehen. Also, nochmal, Mjork, das spielst du zum ersten Mal gerade? Ja. Er hat genau wie ich, er hat genau wie ich anfängst. Alter, Daniel, was machst du da? Als ich mit Bernie das Horned gespielt hab, hatte ich, glaube ich, in den ersten fünf Löchern drei Hole in one. Alter. Nice, Björn. Kann man nichts anderes zu sagen? Max, ich sag ja, ich mach's jetzt grad maximal weg. Maximal. Maximal. Ich muss weiter drei machen. Geht's nicht hier lang? Einfach mal mit drei. Nutzer! Oh, den kennt ihr denn da? Teller? Du Hure! Alter, ich will nur sagen, wie deine Fotzenmutter läuft, wenn ich sie vor... Komm, ja! Richtig, hässliche... Golf, golf, äh... Der Rage in Golf mit Friends ist mal wieder real. Rage with your friends, ey. Oh, Mario! Rage! Leicht, leicht! Eeeeh... Aber es hilft, ne, Mario? Es hilft, es hilft, es hilft. Was, Bernie, hole in one? Hure, ey. Hole in one? Fick. Ja, hole, im wahrsten Sinne des Wortes. Hole in one, ey. Komm, hier, jetzt sehe ich auch das Fenster. Oh, als ob, man! Nein! Ich krieg da immer ein Hole in one! Fick! Witzst du mich fort? Und tot. Ja, will ich zu zwei. Ich genauso jung! Ich war genauso! Genauso war ich auch jung! Das ist das Scheiß-Spiel, ey! Alter, Bernie! Nein, nein! Alter, Bernie! Oh! Feicht! Ne, ich reg mich grad für Bernie auf. Fick mich grad für alle auf, ey. Nee, es ist echt so ne Nutten-Huren-Schmocke. Oh, mein Gott! Fick, ey. Nee, ja! Nee, ja, ne, wamm fahren. Was, Neymar? Na, nee. Das ist nein für Schwedisch, nein. Das ist nein für Schwedisch, nein. Das ist nein für Schwedisch. Oh, putterbar! Nein für Schwedisch. Nein für Schwedisch. Oh, scheiße. FML, Alter, einfach, einfach, einfach FML. Ey, ich hasse dieses Candyland, ey, ich bin auf der Bahn so scheiß... Der Jelly ist übrigens, der gibt dir nochmal einen Boost, wenn du dagegen haust, Björn. Hm, kill me now. Also, einfach gegen den Jelly. Der Jelly haut dich gegen den Jelly, gegen den Jelly im Slot. Ja, ich lag eh scheiße, ich war egal. Andere Richtung, Björn. Echt so? Warte? Also... Warte hier lang, warte hier, hier hin. Moment. Weißt du, ich meine, hau ihm das Jelly und er haut genau auf die andere Richtung. Nein, ein Jung sagt für die Fans. Für die Fans, okay, los geht's. Komm schon, Trickshot! Oh, schade. Der wär nice gewesen, der wär nice gewesen für die Fans. War nicht ganz so scheiße. Ja, das stimmt. Ich mach die Musik aggressiv. Ja, die Musik hier ist halt echt Crap. Mal gucken, ob ich schon wieder auf der Rutsche liegen bleibe. Oh, mein Gott, die grau! Kupa, Alter, Kupa ist... Alter, Kupa ist... Kupa... Kupa ist... Ich bleib schon wieder auf der Rutsche liegen. Kupa ist in der Scheißeberg geflogen. Ich bleib schon wieder auf der Rutsche liegen. Hi, Mario. Hi. Tschüss. Hallo, Jung, Björk hat genau denselben Weg gewählt, wie ich, äh... Oh, nur... Wollen ins Loch rein, Alter. Alter, hab ich den... Mit 300 Kammer bin ich anal eingeloggt. Nein, 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 ein Stück Pute davon. Ein Stück Pute? Ist dir ein Stück Pute? Oh, Björn, der war... Oh, Björn, Björn, ooooh, Björn hat genauso viel Pech. Da hat Kupa kurz den Cock geschluckt, ey. Ey, Kupa, warum schlägst du auf uns? Du wirst schon immer so einen Cock in den Mund rein, dass... Bei dir den Cock in Hamburg durch, ey. Ey, Alter, Repa-Bahn, da geht's ab, ey. Oh Gott, Kupa, Alter. Ey, gar... Bitte verallgemeiner das nicht. Vor allem nicht mit der Repa-Bahn, ey. Kupa hat sich bestimmt auch nach Amsterdam so ein Schaufenster gemietet. Ja, genau. Ey, wir machen schon wieder Duell, Mario. Diesmal aber um den letzten Platz. Ja, wir holen noch auf, pass auf. Oh nein, 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 was ist das? Ich bin hinten rübergefallen. Hey, Junge. Nein. Nein, zu weit! Bleib im Donut stecken, ey. Was ist das denn? Was ist das denn? Jetzt bin ich abgeprallt. Ja, Fenix ist da drin. Oh. Oh. Fenix ist da drin. Oh. Hey, Daniel. Das passiert nicht, wenn ich da lasse klinge. Ich weiß nicht, was gerade wo reingesteckt wurde, aber ich glaube nicht, dass das ein Golfball war. Doch, ein Golfball in den Anus. Ziehen, Alter. Das stimmt. Jetztộter Jung. Zweieinviertel jung. Zweieinviertel. Okay. Ich hab keine Proof. Nice, danke. Schöööööenn Licht. Oh- Nee, ich und Subduel. Danny, mach das in 3. Äh- Ich war vorhin hier bei den Negern drüben, das war ganz gut. Bei den Niggas! Was? Entschuldigen Sie bitte? Eiskalt die N-Bombe! Entschuldigen Sie bitte? Bei den Niggas! Was bitte? Was ist das? Eiskalt die N-Bombe hier mal eben gedroppt vom Sub! Nein, zu weit! Was ist denn das Problem? Alles gut, alles gut. Kein Problem. Komm, komm, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück! Ja! Ah, Junge, du musst das so innen wie möglich anmachen. Ne, ich war vorhin einfach zu weit weg. Jetzt war ich näher dran. Ich war so weit weg wie möglich. Ich hab einfach ganz innen geschnitten, die Kurve, und dann hab ich's geschafft. Du musst ganz innen jetzt können. Ja, ganz innen einfach geschnitten. Die Bahn ist scheiße, bei mir war das anders. Also ich hab da ganz innen geschnitten, aber bei ihm ist das ein bisschen... Oh, wow! Alter, du bist... Hattest du Vollgas gegeben? Nicht geil! Gib Vollgas, gib Vollgas! Oh, jetzt siegst du aber richtig ätzend. Ja. Jetzt würde ich nicht mehr machen. Ah, er macht die, ja, okay, schön. Ja, okay, wenn man irgendeinen kurzen... Nein! Ich hab das halt so wie Formel 1 gemacht, weißt du, von außen anfangen und von innen einsteigen. Hm. Hab ich auch gemacht. Wir müssen doch mal Formel 1 spielen, Björn. Ja. Du hast mich sogar extra gefragt. Ja. Ja, Mjörg würde echt gerne mit dir spielen. Das haben wir auch mal geredet und so. Oh, Alter. Ich war halt... Oh, Mann. Jörg hat wenigstens Skill in dem Spiel. Ja, nicht so wie du, der mich einfach rausboxt, ey. Im Regen, Alter. Österreich, ey. Österreich, ey. Österreich, das war einer der engsten Kurven. Wir hatten so ein geiles Duell in den ersten Runden. Dann boxt du mich weg. Erste Runde als ob, Alter. Da waren wir schon ein paar Runden drin. In den ersten Runden, hab ich gesagt. Okay. Geradeaus. Immer erstmal geradeaus. Ja, das ist halt echt so. Mit 3 Björn oder... Ach du Scheiße. Ich bin wieder hochgeschleudert worden, ey. Nein! Ich hab den Sub gemacht, fuck. Wie bist du da denn hoch... Du musst ja Vollgas gemacht haben, Cooper. Ja, ich hab echt Vollgas gemacht. Wurde ich wieder zurück nach oben geschleudert. Oh, wow. Okay, ich bin wirklich nicht der Einzige. Ich hab auch gemacht. Es war genau... Wir machen alle den Sub, ey. Aber mein Ding, es war halt so... Ey, Leute. Ich brauch meine Ruhe. Für die Fans. Für die Fans. Für die Fans. Standing over, ich nicht stehe, Junge. Ich stehe. Ich muss mir mal ein helleres Blau machen. Mir ist das Licht bei dem Ding zu leise. Zu leise. Das leise Licht. Das leise Licht. Ich hab einen Partner. Ich hab einen Partner. Thank you very much. So dunkel meine ich natürlich. Nein, du hässliches Stück Scheiße. Nein! Oh, ich finde die Entwickler, ey. Ich hasse dieses Spiel manchmal so sehr. Oh, ich finde die Entwickler, ey. Ich krieg gleich das Kotchen, Alter. Das ist ein Schmuck. Das ist ein Wichs. Das ist ein Wichs. Stopp. 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 Also, es war nämlich so, wie wir hatten es in Österreich. Kennst du bei Österreich die eine nach der Haarnadelkurve kommt dort die DS-Zone? Ja. Und da die Kurve hat doch einen mega engen, mega engen Bremswinkel, oder? Die hat einen was? Einen mega engen Brems, also einen Bremswinkel oder so, also einen Lenkwinkel. Diese Spitzkehre. Ja, die ist doch so mega, da musst du richtig hart einlenken bei der und auch voll bremsen. Und wenn du es außen anfährst? Ja, selbst beim Außenanfahren. Oh, das ist doch so wenig. Und da war ich halt innen von Jungwirten duelliert und dann hab ich ihn halt leider, weil auch noch Regen war, hole in One, weil noch Regen war, wurde ich dann halt... Holy Mann! Fatze, ey. Ach, scheiße, ey. Wenn man nichts Wesseres im Leben schafft, also, ähm, und sowas studiert. Oh Mann! Nein! Hey. Ne, aber halt, dadurch das Regen war, bin ich halt mega geslidelt und so meine, äh, meine Heifel ist halt durchgedreht und so und deswegen bin ich dann voll innenrein und junger Bremswinkel. Das gibt es nicht! Ah, ja. Boah. Geh, geh, geh. Oh Mann. Ich wollte eigentlich mal ohne jegliche Hilfen fahren in Formel 1. Ne, das hab ich, das hab ich, ich hab das mal gemacht. Ich mach es nie wieder. Ja, hab ich auch einmal gemacht. Nie wieder, ey. Ohne Traktionskontrolle, ey. Weil ich, wenn dann, wenn ich mal ein Lenkrad habe, irgendwann, in vielen Jahren, dann werde ich das mal machen, aber mit Controllern, ne. Ich weiß nicht, wie Leute... Mein Opa hatte früher mal ein Lenkrad. Als ob, Mann! Ich krickele gleich. Es gibt, es gibt Leute, die mit Controller ohne Verhilfen fahren, aber ich weiß nicht, wie die das machen. Ich hab keine Ahnung, wie die das machen. Ich weiß auch nicht. Äh, weißt du, wie die das machen? Du bist aufgeschmissen. Die fahren mit den Triggern, also die geben Gas mit den Triggern und bremsen mit den Triggern. Ja, natürlich. Ja, das war halt auch so. Ich auch. Echt? Ich mach's nicht. Damit kannst du dosieren. Das ist die beste Möglichkeit. Ja, das mach ich halt nicht. Das ist schlecht. Ne, ist es nicht. Mit der A-Taste kannst du ja nichts dosieren. Ich fahr ja nicht A-Taste, ich fahr ja Schultertasten. Ach so. Ach so. Da kann man ja auch ein bisschen dosieren. Ah, wow. Ja, dann hab ich das... Ja, war geil, Daniel. Kann ich den nochmal sehen? Ich krieg gleichs kotzen, Alter. Wo musst du denn überhaupt hin? Äh, da wo Koopa ist. Ich geh offiziell in den Regen. Äh, warte. Ja, genau da, Björn. Genau da. Genau, ja, sehr schön. Oh, nice. Zwei. Nicht schlecht. Hat Bernie hier ein fucking Hole in One gemacht? Ernsthaft, Bernie? Ja, hatte. Er hat sich erst mal gerade Videos angeguckt. Bernie ist auch tot. Ja, wahrscheinlich hat nebenbei so ein YouTube-Video laufen. Bernie ist auch tot, er redet auch nicht mehr. Hm. Hallo? Doch. Wieso springt das Netz, ey? So hier, fick dich. Bin ich muted? Nein, war's muted. Nein, war's muted. Nein, war's muted. Oh, wehe, wehe, wehe! Du musst den Berg, den Schlammberg nehmen, Björn. Den Schlammberg. Ah, ja. So wie Sub. Muss ich denn da hin? Ah, schade. Du kommst direkt rein, was ist denn hier los? Alter, ich fack ich das. Das ist echt so. Jetzt fliegst du auch noch richtig. Aber du könntest es versuchen mit Bundle. Für die Fans. Komm, ich versuche es. Zwei. Zwei ist zu stark, eineinhalb ist zu schwach. Oh, Björn. Oh, da. Oh, Björn hat den Sub unverdienterweise bekommen. Das war so smooth. Für die Fans, die, sie appreciaten das. Schön. Ich hab elegant nicht gekriegt. Ja, die Fans appreciaten das. Aber guck mal, Cooper ist hier halt wieder wirklich vorne dabei. Das ist einfach seine Crap-Map, ey. Seine Crap-Map, ey. Seine Crap-Map, ey. Geradeaus auf das Förderband, aber nicht zu schnell. Mit dem hohlen Monat-Banning erst mal überholt, ey, der Wichser. Und jetzt, Björn, wenn du... Vollgas? Ui. Ach ja, der Trichter, ja. Genau, geradeaus. Genau in die Mitte vom Trichter. Ja, Vollgas. Genau in die Mitte. Genau in die Mitte vom Trichter. Was machen wir jetzt, Bonch-Bob? Vollgas. Nein. Vollgas. Machen wir jetzt Ardolf nicht. Du bist genau, du musst genau die Mitte treffen, Björn. Vom Trichter. Also genau die Mitte. Genau die Mitte mit Vollgas. Das war links, aber es reicht doch. Ja, es reicht doch. Nenn mich ein bisschen an den Kiwi, der Filter. Keine Ahnung, wie so. Björn, Björn liegt voll im, äh, Björn. Berni liegt voll im Crap. Sehr schön. Verkack weiter, wenn er jetzt aber reingemacht. Du führst doch noch mit, du führst mit drei, Alter. Ist ja wohl easy jetzt auf der... Jetzt ist eh reine Luck-Map jetzt übrigens. Vollgas erst mal. Vollgas? Ne, Vollgas war es nicht. Scheiße. Noll. Hä? Kein Vollgas? Ja, ich bin da hoch geworden! Ja! Wow. Wir haben Knack gehabt. Ne, zweieinhalb. Dreieinhalb. Ich bin wieder auf die hinterste Bahn. Das gibt's nicht. Dup, 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 dup. Dup, dup, dup. Dup, dup, dup. Wow. Wieso verkack ich das auf den Luck-Maps, ey? Wow. Hi. Wo muss ich jetzt hin? Ah, ja. Das ist pures Luck. Einfach schlagen. Pures Luck. Oh, oh. Nein, 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 nein. Okay, alles safe. Komm, einfach durch. Los. Schönen Dingen bleiben. Zu weit gerollt. Oh, nein. Bleib liegen, bleib liegen. Oh, bleib, bleib, bleib. Nein. Oh, ich liege. Yes. Lackschwein. 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 Oh, oh. Der Hass ist real, ey. Perfekt 60. Ja, ich bin nicht letzter gewonnen. Ja, fuck. Ich bin 60 Jahre alt. Macht nicht sehr Sinn, aber Bernie, hau drauf. Nichts was zu sagen, bitte. Oh, shit. Ja, ey, mal kurz davor den Sub zu machen. Oh, Sub ist noch zweiter gewonnen. Holy shit. Candyland heißt von nun an Coopaland. Ja, und damit, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. 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 Tschö.